Mein Name ist Konstin Hatz. Wir befinden uns hier gerade auf der Pop-Up-Fläche von Fischer Office. Gemeinsam mit unseren Partnern Havers und Nespresso präsentieren wir Ihnen hier in den kommenden Monaten spannende Konzepte rund um Ihr Büro. Untertitelung des ZDF, 2020 Besonders freut uns die tolle Lage hier am Rondellplatz in Karzen, mitten in der Innenstadt, gegenüber vom ECE Center. Und so langsam hören ja sogar auch die Baustellen auf. Es wird also immer schöner hier. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir haben ein freies WLAN für Sie. Die Räume sind klimatisiert und es gibt tollen Nespresso-Kaffee. Aber am besten machen Sie einfach selbst ein Bild. Kommen Sie uns hier besuchen. Wir freuen uns auf Sie.